Ja und damit heiße ich euch hier alle schön mal erstmal herzlich willkommen hier zu Rüsch bei Just Cause 2, ne? Achso, ja, das habe ich ja die Quality übelst hochgedreht. Was wir wahrscheinlich noch zu ziemlich schlecht kommen wird, deswegen... Bildschirm-Einstellungen? Ja. In welche Richtung gehe ich denn hier gerade? Äh, ne, 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 ne... Aufnahme. Oh, das ist so scheiße, egal. Ist mir lieber, da kann ich flüssiger spielen. Boah! Ist ja mal wieder ein Traum hier. wie flüssig ich es spielen kann, aber naja, die Quality ist halt jetzt ein bisschen weiter drunten, ne. Entschuldigung dafür. Aber ansonsten ist das Spiel echt schlecht spielbar. Den wollten wir machen das letzte Mal. Ich versuche ihn noch einmal und danach lasse ich es auch ernsthaft. Danach habe ich keinen Bock mehr. Achso, ja, wir wollten mit dem Motorrad fahren. So. Hier lang. Okay. Wow. Dann, zeig schon mal wie es hier lang geht. Scheiße. Bitte überwahrt mich nicht. Ich nehme ein Taxi. Ich höre noch besser. Nö. Oh. Jetzt muss ich auch nur selber Taxi fahren. was für eine Frechheit diese Taxifahrer von heute doch sind. Oh, mit dem Tuk-Tuk fahren wir jetzt hier rum. Und das auf der falschen Straßenseite. Wir sind Engländer. Eigentlich sind wir ja Amerikaner, aber wir sind Engländer. Ne, jetzt doch sind wir, was? Okay, ich folge einfach mal dem Pfeilen. Ups, Entschuldigung. Ja, schön, dass du mir nichts sagst. Zu lang. Wie das halt einskalt, dieses Teil, die Straßenverkehrsordnung einhält. Das ist ja mal richtig krass. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das sucht mir ernsthaft den kürzesten Weg raus. Boah, Highspeed hier. Oh, da vorne ist noch so ein Tuk-Tuk. Ich will Tuk-Tuk. Ich will zum Tuk-Tuk. Ich will das Tuk-Tuk-Rahmen. Rahmen das Tuk-Tuk. Ist das Tuk-Tuk-Rahmen? Ach, egal. Aber die Tankstelle hier muss sterben. Warte mal, B? Äh, Y meine ich. Äh. Komm schon. Diese Tankstelle ist Geschichte. Alarm, wir haben Feindkontakt. Alles befürfbare Einheiten in der Gegend. Vorrücken. Nett. Was, jetzt sind hier auch noch irgendwelche... Vollidioten? Oh, scheiße. Ähm. Lauf! Oh, scheiße. Das war dann doch ein bisschen dumm. Äh, wo ist mein Medi-Bag? Ich hoffe, mit der Quality geht's. Wenn nicht, dann schreibt's mir mal in die Comments. Äh, dann... Müssen wir halt mit extremen Legs spielen. Stirb! Ja, schön, dass diese Waffe jetzt hier gerade schön viel Muni bekommt, aber die andere nicht. Die mir eigentlich viel wichtiger ist. Die mir eigentlich viel wichtiger ist. Und das hier... Komm schon. Das hier... Oh, da ist schon das Erste. Äh, wo ist fliegt denn das hier? Oh, das ist mitten in der Luft. Alter Mann! Okay, einfach ganz schnell hier zur Mission aktivieren. So. Ja, ja, überspringen wir das. Ich lebe in ständig Angst, seine schrecklichen Seuche. Ich lebe in ständig Angst. Jetzt schießt doch! A, X, A, Y S, A, Y Scheiße! So! Äh. Große weg Entschärfen. A, B, Y, A. Sehr gut. Die Hälfte der Bochen ist erschärft. Nur noch die andere Hälfte. Ja ne, echt jetzt? Wow, war das knapp. Ah, Y, B. Boah. Ey. Zieh mich mal dahin. Weil ich ja da irgendwie hin muss. Ach du heilige Scheiße war das gerade bescheuert. Ich hab keine drei Schusswellen. Ja, weg. Dein Gewicht ist alle vertreten. Vorrück. dann kann man 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 dann dann kann man dann kann man dann kann man dann das stück so jetzt sind sie alle durch entschärfen was doch noch will Was? Darmspülung? Juhu! Der hat eine Darmspülung? Interessant. Ich nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das wissen wolltet. Ui. Ja. Äh. Ne. Was will ich denn mit der Waffe? Gibt's hier noch... Oh, jo. Benutzen. Und dann geht's den Kon- Oh, nö. Tengu- Baba an den Kragen. Wow, fuck. Ich hab Angst, dass ich reinfliege. Ich habe Informationen für Sie, Genosse. Eine unabhängige Rebellengruppe im Dschungel ist mit einem weißen Tiger verbündet. Auf dem die Beschreibung des Amerikaners passt, den Sie suchen. Dann erzählen Sie allen, dass ich diesen weißen Tiger suche und für jede brauchbare Information bezahle. So, da. Keine Gnade! Ja, Tengu-Baba. Wow. Hey, du! Okay, vorrufen! Bam, 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 bam! Oh. Nein, feier dich! Ich werde mitfall! Du Baster! Ich hab kein Preis von drin! Boop, 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 boop! Boop, 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 boop! Boop, boop, boop! Geht denn, du? Er blutet wie ein verdammtes Schwein! Du bläder, höre! Ich hab kein Preis von drin! Und Klinge! Ah! Verdammt! Woa, f***. Du bist hier. Du bist hier. Ich bin hier. Ja. Alter Mann, warum habe ich denn kein Leben abgezogen?